Ja, wo ist das Thema gesetzt? Dann habe ich die so angezündet. Okay, sieht gut aus. Dann habe ich die so angezündet. Abgeschmiert? Abgeschmiert? Da ist noch eine Kugel. Ach, jetzt sehe ich dich zumindest schonmal. Ah, da oben bist du. Ah, jetzt entsteht die Karte ganz langsam oder sicher. Ja, da hinten hat es bei mir auch noch nichts geladen in die Richtung. Ich hatte gerade eben nur zwei Chunks geladen oder so. Zwei kleine Felder da nur noch. Ja, der Rest ist wirklich sprengt worden. Ich finde TNT lustig. Ja, ich wollte wenig Spaß mit haben. Sieht doch gut aus. Wie neu. Oh, da hinten ist noch eine Kugel. Ich glaube die... Hä? Ich habe es vergessen, glaube ich. Wo siehst du hier irgendwas? Geht's recht. Da. In die Richtung, wo du läufst. Unten. Ah, die explodiert jetzt. Da sonst. Hab ich gar nicht gesehen. Hab ich gar nicht gesehen. Terraforming für Profis. Oh, richtig. Wenn man hier fix Water reinbaut. Bin wieder da. Kein bisschen. Ok. Der war schon mit online. Protection. Bote. 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 Vielen Dank. 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 Ja. Ja. Ich glaube, bevor sie mich zum Spielen spoiler lassen, haben sie mich hundertmal weg. Ja. Er wusste, er wusste, er wusste, dass du nur Protection 4 was hier hast und er fühlte mich nur nahe als Rossi. Er hatte nur noch nicht mal Rossi. Achso, ja, dann wusste er ist dann nicht gegangen. Kannst du, er wusste, er wusste, er wusste, er wusste, er wusste ich nicht. äh nicht den wird ja nicht eingespeichert ich kann jetzt die ganze Form suchen